Lasst uns gemeinsam beten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin mit dir alle Tage. Ich reiche dir stets meine Hand und heiße dich willkommen. Und so bist auch du in Wahrheit, lieber Bruder. Gottes Macht ist unser und will nur gegeben und empfangen werden. Das Himmelreich ist inwendig in dir, die Pforte so weit offen. Gott hat das heilige Licht in dich hineingetan, weil sein Licht dein Geist ist. So lass dein Licht leuchten, deinen inneren Altar erstrahlen, damit wir wahrhaft sehen können und uns in Gewissheit und Gelassenheit erfahren. Gott ist jetzt und so auch du, geliebter Bruder, in aller Ruhe und stiller Liebe, hier in diesem heiligen, liebevollen Augenblick. Amen. 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 Amen.